... bei der Schäle. Jetzt auf geht's Alex. Er zeigt auch eine Schäle mit Transport, allerdings ein schwieriger. Und die zweite Schäle mit Transport auch direkt hinterher. Tschechenkehle. Gefolgt von einem halben Rückwandern. Tongfei. Jetzt noch vor Rück. Kommt er auch gut durch. Und Abgang. Schön. Also sehr schöne Übung von Alex. Ziemlich federfrei durch. Auch ohne größere Schwierigkeit. Alles klar, ich würde er semble schon wissen. Dann hören Sie mal wieder mit einer Lösung. Da können Sie schon abuser. Ja. Vielen Dank.